Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Inazuma Eleven 2 Eichsturm Let's Plays. Ich bin Rektalin. Ihr schaut wie Play Games for You. Du 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 du. Elf wahre Sieger du 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 du. So wir müssen ja hier gegen ihn spielen. Bist du bereit? Na klar, dann lass uns spielen. Okay, los geht der Peter. Wir zeigen es ihm jetzt nicht später. Du 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 die Alpine Junior High. Mitten im Winter Wunderland. Wie sieht die Taktik aus Trainerin? Spielt heute einfach mal drauf los. Ich will sehen wie Frost sich schlägt. Einfach drauf los spielen. Na dann Leute, heute spielen wir gegen das stärkste Team des Landes. Gebt euer Bestes. Alles klar. Frost verhält sich wirklich nicht wie man es von einem Stürmerass erwarten würde. Das stimmt. Vielleicht liegt das aber auch nur daran, dass wir ihn mit Excel vergleichen. Schauen wir einfach mal was er so drauf hat. Äh, was soll das denn? Steht in der Verteidigung? Hallo? Was geht hier ab? Den vorne rechts finde ich ja ganz nett. Huch, Sean Frost spielt in der Abwehr. Sollte er nicht eigentlich ein Stürmer sein? Ha, Aiden war immer der Stürmer. Hm, hast du gerade etwas gesagt? Die wollen uns doch auf den Arm nehmen. Mark, los. Dem bringen wir Manieren bei. Das ist ein bisschen seltsam. Da gebe ich den Jungs recht. Raymond gegen Alpine. Aufstellung geht in Ordnung. Wolfie ist das erste Mal mit dabei. Bin mal gespannt. Ragnar gefällt mir gut. Klimpstein ist cool. Der Rest ist mir relativ egal. Das klingt vielleicht blöd, ne? Aber ich finde, rein vom Spielfluss her, gefällt mir der Teil mit am besten. Auch wenn mir das an der Reihe gut gefällt, dass man dort eben auf den Gegenspieler klicken kann. Oder auf den Ball. Und dadurch dann der Situation folgt. Oder auf den Spieler zurennt und auch mal doppeln kann und sowas. Ohne dass man jetzt reinmalen will. Was übrigens mir gerade definitiv zu oft passiert, dass ich auf die Gegenspieler tippe. Oh, scheiße. Okay, den kriegen wir noch. Die Mauer. Was mir auch gut gefällt ist, dass diese Missionsgeschichten nicht da sind. Weil das ist für mich ein bisschen nervig gewesen, ehrlich gesagt. Oder das habe ich zumindest so empfunden. Durchsetzen. Klappt wunderbar. Lauf, Kevin, 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 Kevin. Und du machst den jetzt rein, sage ich dir. Drehschuss. Besser als gar kein Schuss. Der ist ja geil. Breakdance-Bofi. Nordlich-Sperre. Der geht rein. Wunderbar. Tor. Tor. Vorwärts, Reimer. Hehehe. Vitori auf dem rumwirkt. Wie wäre es mit einem schönen Tor. Verfixt. Der nächste ist meiner. Ja, wer's glaubt. Wahrscheinlich müssen wir ein paar Tore machen und dann zeigt uns schon erstmal, wo der Hammer hängt. Wunderbar. Der Junge hat auch ein schönes Spielermodell hier. Wunderbar. 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 Er ist ja genau dran vorbeigelaufen. Wunderbar. Kennt mal hier einen Pass hin. Wunderbar. 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 Was hier ganz gut gelöst ist, nach meiner Meinung, ist, dass man sich mächtig fühlt, obwohl es noch der Anfang vom Spiel ist. Oder sagen wir mal so, es fühlt sich an, als könnte man gut Fußball spielen. Illusionsball. Ich würde gerne noch ein Tor machen. Du nimmst ihn jetzt direkt, Mann. Boom, Dragon Ball. Ist ja mittlerweile plus 1 sogar. Was ich jetzt finde, ist, dass sie auch der Symbolik treu bleiben. Also dieses plus 1 und so weiter. Das ist ja die ganze Zeit über so geblieben. Nächstes Tor. Haben wir jetzt 2-0 zur Halbzeit. Das ist doch ganz praktisch. Habt ihr das gesehen? Was für ein Schuss. Verfixt. Wahrscheinlich hat er einen krassen Weitschuss oder sowas. Das ist meine einzige Theorie, wieso das Sinn machen könnte, dass seine Abwehr steht. Der Frost. Sehr gut. Ich will unbedingt, ähm, mir fällt der Name nicht ein. Hurley. Heißt der Hurley? Ich glaub Hurley heißt er. Ui, Eisauflock. Eine Defensiv-Taktik. Haben, äh, als Verteidiger, weil das ist definitiv einer meiner liebsten Spieler. Der Turm. Nicht schlecht. Machst du erst einen Turm und dann einen Blitz. Sehr geil. Aber hätt ich wahrscheinlich gar nicht machen müssen. Ist ja eh jetzt Halbzeit. Bisschen Verschwendung. Hey, das Spiel läuft ziemlich gut. Stimmt, Frost ist ein ziemlich guter Abwehrspieler. Ich frage mich, was er im Sturm zu bieten hat. War das alles? Das kann ich auch. Vielleicht ist es jetzt schon so weit. Wie? Was tut er da? Du bist dran. Frost wirkt plötzlich wie ein völlig anderer Spieler und er sieht viel besser aus. Was ist das denn? Ah, arg! Arg! So, jetzt zeige ich euch, wie man das macht. Kommt mir ein bisschen vor, als wäre er schizophren. Ob man damit Spaß machen sollte? Ich weiß es nicht. Heiße Phase jetzt auch gleich. Und er ist Stürmer. Ah, und jetzt aufs Tor. Jetzt hat er Schmerzen. Ich wusste doch, dass es ein Weitschuss wird. Hehehe, mag das, der... Schwächlinge. Ihr habt keine Chance. Es wär so ne Art Alien. Dann hört her. Hehehe. Ich bin das Stürmerass von Alpine, Sean Frost. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mark fällt immer auf Show rein. Den musst du nur was zeigen und dann ist er Feuer und Flamme für dich. Das war also der ewige Eiswind. Was für ein Schuss. Er ist so schnell. Er lässt Nathan wie eine lahme Ente aussehen. Fast so schnell wie die Spieler der Alias Academy. Wow, das war fantastisch, Frost. Aber wir haben auch noch ein paar Tricks auf Lager. Warte nur ab. Hahaha, ich mache mich gerade erst warm. Kommt schon. Zeigt mal, was ihr drauf habt. Oh, wen kümmert es, wie gut er schießen kann. Es gibt nur einen Excel Blaze. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Erst war er gegen ihn. Das Tor habe ich gar nicht mitbekommen. Was geht hier ab? Ein paar Animationen, aber bei der Linie ist er noch nie gegangen. Seltsam. Okay, Tempospurt. Klappt sogar. Wunderbar. Dann mal aufs Tor. Und nochmal der Drehschuss. Der ist ja relativ günstig. Er hat keine TP, also muss der reingehen. Und das macht er auch. Wunderbar. Sehr schön. 3-1. Sehr gut. Weiterspielen. Grätschen. Zeig, was du kannst. Eine Menge sogar kann er. Heiße Phase ist vorbei. Das ist gut. Und noch ein Dragon Ball. 4-1. Ich weiß nicht. Dafür, dass er so einen auf dicke Hose macht, kommt da nicht viel hinterher. Habt ihr das gesehen? Was für ein Schuss. Wird mal rein gegrätscht. Ein Foul, schade. Aber das Spiel ist noch nicht zu Ende. Gut abgespielt. Durchsetzen. Nicht geklappt. Nicht geklappt. Schade. Nochmal durchsetzen. Auch nicht geklappt. Aber der ist auch fertig, der Junge. Der Junge. Gut, Tori. Kann nicht mehr. Da musste grätschen. Das Problem ist, die muss jetzt halt nachholen im Großen und Ganzen. Was er an EP und so weiter jetzt nicht mitbekommen hatte. Oh shit. Ganz verpeilt, dass der ja gar keine Geschwindigkeit mehr drauf hat. Aber macht nichts. Im Moment sieht es gut aus. Ich denke auch nicht, dass sich das verändern wird. Die Aussicht bleibt wahrscheinlich so positiv. Bobby, Bobby. Oh scheiße. Iron Side. Gut, wie er da in den Ball gelaufen ist. Du gehst da mal hin. Oh, Kackvogel, Kackvogel. Durchsetzen. Das klappt auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher. Oh, schade. Eric. Gut, grätschen. Klappt. Eigentlich wollte ich hier rüber passen. Gucken ob Durchsetzen funktioniert. Leider nicht. Gute Abwehrarbeit hier von der Mütze. Können wir ja nicht mehr. Machen wir eine Grätsche. Und du hältst da jetzt nochmal direkt drauf. Machen wir ein Volley. Volle Kraft. Und hoffen das Beste. Vielleicht kriegen wir ja sogar noch ein 5 zu 1 hin. Oh, durch die Beine. Wunderbar. 5 zu 1 kaputt gemacht. Das ist eben die beste Mannschaft Japans. Und da ist es vorbei. Mal gucken, was Frost zu sagen hat. Super. Schon wieder ein Sieg für Rayman. Wie schade. Ich dachte wir könnten gewinnen. Dicke EP bekommen. Leider keine Techniken gelernt. Aber jeder hat ein Level Up. Puh, haben wir tatsächlich verloren? Frost, dein Schuss war fantastisch. So einen Knaller habe ich ja noch nie gesehen. Deine Schüsse zu halten hat unglaublich viel Spaß gemacht. Mir hat das auch Spaß gemacht, Marc. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich bei einem Spiel so aufgeregt war. Es scheint, als seien wenigstens die Gerüchte über Frosts fußballerische Fähigkeiten nicht übertrieben. Ja schon, aber... Gibt es ein Problem? Frost, schreckliche Nachrichten. Schau dir das mal an. Dieses Video wurde auf dem Schulcomputer hochgeladen. Janus. Erdlinge, dieses Video wurde euch gesandt, weil euer Fußballteam auserwählt wurde. Ihr werdet gegen die Aliens Academy spielen. Absagen werden nicht akzeptiert. Eine Niederlage bedeutet eure Verdichtung. Eure einzige Chance ist ein Sieg. Was? Die Aliens kommen also wirklich zu Alpine Junior High? Uah, unser Team hat keine Chance gegen die Aliens, schnief. Frost, was sollen wir nun machen? Beruhigt euch alle erst einmal. Ich werde mich zusammen mit Rayman den Aliens stellen. Oh, heißt das etwa? Genau. Die Aliens Academy ist auf dem Weg hierher, richtig? Falls du nichts dagegen hast, würde ich mich gerne eurem Team für das Spiel gegen die Aliens anschießen. Wunderbar. Rayman hat endlich einen neuen Stürmer. Mit seinen enormen Fähigkeiten, sowohl im Angriff als auch in der Abwehr, wird er bestimmt ein toller Mitspieler sein. Hm. Während unseres Spiels ist mir aufgefallen, dass euer Team noch einen gewissen Rückstand in Sachen Schnelligkeit hat. Das ist doch... Ich weiß. Kommt, ich zeige euch mal mein geheimes Trainingsareal. Auf dem Nordhang. Wenn ihr dort trainiert, werdet ihr auch bald schnell wie der Wind sein? Was? Ernsthaft? Vielen Dank, Frost. Was für ein Training das wohl ist. Ich bin so aufgeregt. Kevin, was ist denn los mit dir? Hey, was ist denn? Kommst du etwa nicht mit Frost klar? Ach nein, das ist es nicht. Ich glaube, er ist wirklich interessant. Jemand, der so schießt wie er, kann gar kein schlechter Mensch sein. Axel hat Fußball immer ernst genommen, aber dieser Knirps... Zeig mal, was du drauf hast. Der Kerl hat echt Nerven. Wenn er unser neuer Stürmer wird, gibt es keinen Platz mehr für Axel, wenn er zurückkommt. Du weißt ja, dass ich nicht sehr viel von Axel gehalten habe, als er damals zu uns gestoßen ist. Aber er ist schon etwas besonderes. Mir wurde erst klar, wie gut er wirklich ist, nachdem er nicht mehr da war. Ich wäre ja gern das Stürmerass von Rayman, aber so sehr ich mir das auch wünsche. Unser wahres Stürmerass ist und bleibt Axel Blaze. Kevin, ich wäre auch froh, wenn Axel bei uns im Team geblieben wäre. Aber als ich diesen Blick in seinen Augen sah, wusste ich, dass ich ihn nicht aufhalten kann. Ich bin mir aber ganz sicher, dass er wieder zurückkommen wird. Daran besteht nicht der geringste Zweifel. Und bis das passiert, erwartest du, dass wir mit diesem eingebildeten Wuschelkopf zusammenspielen? Ich bin bereit, alles für meine Freunde zu tun. Marc, wenn Axel dann zurückkommt, wird der Bus voll mit den besten Spielern aller Zeiten sein, falls Axel zurückkommt. Und selbst wenn Frost so gut ist. Oder sogar noch besser als Axel ist. Ich will mit diesem Kerl keine Freundschaft schließen, das geht einfach nicht. Ganz schön bitter hier. So, würde ich sagen, tolles Spiel gehabt. Bisschen was über Kevin erfahren. Wir speichern jetzt an der Stelle und machen einen Cut. Ich bedanke mich für's Zusehen und sage tschau tschau, bis zum nächsten Mal.